Jannik Proska ist zu Beginn der Saison aus Iserlohn gekommen. Wie fühlt es sich an, wieder in Mannheim zu sein, muss man sagen? Du warst als Jungadler schon in Mannheim. Natürlich ist es ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Über die Jahre mit meinem Bruder und den Jungadlerjahren ist es für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Ich fühle mich unfassbar wohl hier. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich fühle mich pudelwohl. Ich bin froh, wieder hier zu sein und genieße die Zeit. Dein Bruder Flo hat bei den Jungadlern als Torwart gespielt. Auch damals in der U16, also in der Schüler-Bundesliga. Er hat einige Meisterschaften geholt. Ist Torhüter, du nicht. Wie kam es dazu, dass du deinem Bruder nicht nachgeeifert bist? Tatsächlich wollte ich genau dasselbe machen wie mein Bruder. Ich wollte auch ins Tor gehen, aber meine Eltern haben von Anfang an gesagt, noch einen Torwart machen wir nicht. Das wird dann noch eventuell zu teuer. Nein, Torhüter war für mich dann doch gestrichen. Dann haben sie mich einfach so als Spieler aufs Eis gestellt. Jetzt bin ich halt damit meinen Weg gegangen. War ja keine schlechte Entscheidung. Hast du dann gleich gemerkt, dass es gut läuft bei dir? Warst du von Anfang an einer, der immer zu den Besseren gehört hat? Also ich würde schon sagen, dass ich damals im Nachwuchs in Weißwasser und auch die Station, wo ich in Dresden war, schon einer war, der eher rausgestochen ist, würde ich eher mal sagen. Und halt auch sehr viel Zeit und Kraft auch investiert habe in diesem Sport. Und ja, also bis jetzt hat meine harte Arbeit und mein Werdegang sich gut ausgezahlt. Und ich hoffe, das wird auch so weitergehen. Du bist einer, ich habe dich schon lange verfolgt, als du hier in der Mannheim zum ersten Mal gekommen bist. Du bist einer, der arbeitet immer hart. Und zwar nicht nur auf dem Eis. Man sieht ja, du läufst wirklich hoch und runter und arbeitest sehr viel im Spiel. Auch neben dem Eis. Du machst sehr, sehr viel für dich selbst auch. Viel im Kraftraum, viele Sachen, die andere dann schon nicht mehr machen, weil sie irgendwo anders schon sind, nach Hause gehen. Du arbeitest noch hart. Was treibt dich da an? Ja, natürlich. Mein Bruder hat mir damals auch sehr, sehr viel Input dafür gegeben, weil mein Bruder selber einer war, der sehr viel gearbeitet hat. Und ich sehr, sehr viel zu ihm hochgeschaut habe und er es mir einfach vorgemacht hat. Und er immer zu mir gesagt hat, deine harte Arbeit wird sich irgendwann auszahlen. Der Punkt kommt. Der Zeitpunkt wird kommen für dich. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und dementsprechend habe ich natürlich sehr, sehr viel Kraft investiert und werde es auch weiterhin tun. Und ich sehe ja, die harte Arbeit lohnt sich. Die zahlt sich aus über die Zeit und ich bin gespannt, wo mein Weg noch hingeht. Ja, okay. Also das hört sich wirklich top an, weil man sieht auch, wie du dich entwickelt hast, auch hier in Mannheim, wie ich finde. Also wirklich auch, obwohl du verletzt warst, hat man jetzt nochmal ein paar Schritte sehen können, wie ich finde. Was bist du für ein Typ, wenn du so mit deinen Kumpels zusammen bist, mit den Jungs aus der Kabine? Ja, also ich bin eigentlich ein sehr, sehr entspannter Junge. Ich bin eigentlich immer positiv. Ich komme immer mit dem Lachen in die Kabine rein. Ich probiere dann doch immer den einen oder anderen aufzumuntern, wenn er mal vielleicht eine miese Nacht hatte. Aber ich bin eigentlich ein ganz lockerer Junge, mache viel Spaß mit. Ich bin mit Alba auch das eine oder andere mal rum. Ja, also ich denke, man kann es ganz gut aushalten mit mir. Wer ist dein liebster Kollege im Zimmer, wenn ihr auf Auswärtsspielen seid? Ja, bis jetzt war ich immer mit Arno. Ich habe auch gehört gehabt, wo ich nach Mannheim gekommen bin, dass sofort die Frage von Arno kam, ob ich mit ihm aufs Zimmer gehen könnte. Und ja, dementsprechend habe ich einen guten Zimmerpartner erwischt. Durch die Jahre davor kannte ich ihn ja schon eine ganze Weile und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich ihn habe. Ihr seid beide aus dem Nachwuchs von Weißwasser und du weißt, wie man mit Torhütern umgeht. Dein Bruder war ja der Torhüter. Auf was für eine Musik müssen wir uns jetzt beim Warm-Up einstellen? Du machst die Musik. Ich habe ja schon übelste Befürchtungen. Ich bin einer, der gerne Rock hört. Das wird wahrscheinlich nicht bedient werden von dir. Nee, also ich würde sagen, ich habe probiert von allem möglichen ein bisschen was ranzumachen. Ein bisschen Elektro, ein bisschen Oldschool mäßig, ein bisschen Rap. Von allem ein bisschen was reinzukriegen. Ist natürlich jetzt auch nicht so einfach mit nur fünf Songs das Perfekte rauszufinden. Aber wie gesagt, ich habe probiert einfach mal von allem ein bisschen was mit reinzunehmen und ich hoffe, das kommt gut an bei den Leuten. Alles klar. Dann wünsche ich dir ein gutes Spiel, viel Spaß und die Punkte sind heute wichtig. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön.